Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, dem Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kann es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. Die Dunkelheit Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist nicht so einfach. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Woop! Woop! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Stay away from me! Was hast du Angst? In exchange for your blood, you can gain eternal life and beauty from me, can you not? Please, it's a simple matter. I get what I need and you benefit as well. And then together, you and I shall reign over this world. If it means becoming a savage, I... I would sooner kill myself. As you wish. However, what exactly makes me a savage? If my existence itself makes me savage, is that not the result of this world? Are not all the people of this age savages as well? If so, I should be a shining beacon for what this world wants me to be. The one to lead them. Do you not agree? My lord count. What is it? There are intruders in the castle. I see. Destiny can be quite fun at times. They've likely come to interfere. I hope you'll be in a better mood later. Mwahahahaha! Save me. Victor. Obviously, I don't think you can do this. I just love this. I've just tried to help me. I don't think I am going to do this. You, I don't? The best thing is to do this. You got to be right there. I tend to be quite as good. I couldn't do this. I'm not gonna be real. Do you want to see? You know. I've seen a lot of things. Das war's für heute. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 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 2020 Vielen Dank. 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 No. 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 Die! Leave it to me. Die Karte ist ein wenig zu sehen. Die Karte ist ein wenig zu sehen. Die Karte ist ein wenig zu sehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 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 Das war's für heute.